Ja, das müsste jetzt eigentlich soweit gewesen sein, jetzt muss hier noch dieser Grill rein in der Mitte, muss ich jetzt mal auszählen, Moment. So, das sind 21, dann mal 11. Hm, jetzt hat es gerade wieder geruckelt, jetzt weiß ich gar nicht, ob es 11 sind, müsste aber idealerweise in der Mitte sitzen, so ich zähle dann immer noch mal nach, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, achso ja doch, ja stimmt, es müssen hier 8 sein, Ja, genau. Ja, da sind es auch 8, okay, perfekt. So, dann kommt hier auch noch mal so ein Wasserlauf hin. Na ja, hier hängt es irgendwie die ganze Zeit aus irgendeinem Grund. So, da kommt das Wasser dann raus. Hm, das ist jetzt etwas schlecht. Ja, hier unten sehe ich nichts. So, das Wasser muss hier durch. Ach, weißt du was? Oh, ist der wo es geht? So, das ist einfacher. Ähm. Ich bin mir etwas verwirrt. So, das muss hier jetzt aber wieder raus. Ja. Oder? Hm. Hm. Moment, ich muss gerade nachdenken. Das sitzt dann da auf, dann kann das Wasser aber da nicht durch. Ja, genau, jetzt. Jetzt habe ich es. Hm, ja. Ja, das passt. So. Na. Das war ja zu viel. So. Hier kommt das Wasser auch noch durch. So. Jetzt bin ich mir keine zu sicher, ob das jetzt richtig war. Hm. Da ist vor allem noch offen. Da steht noch eine Fackel. So. Dann hoch. Probier es mal. Lass ich von oben mal ein bisschen Wasser reinlaufen. So, das ist Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3. So, rein mit, rein mit und rein mit. So, wenn jetzt alles richtig läuft, dann müsste das eigentlich unten rauskommen, ohne dass es überläuft. Hm. Tut's aber nicht. Kein von drei Fällen. Ach. Ach, ne, ich bin ja auch blöd. Das, ähm. Ne, das kann ja auch gar nicht funktionieren. Hier kommt nämlich noch... Na, genau. Kommt nämlich noch erst was anderes hin. Ich bin ja gar nicht mehr. Ich bin ja gar nicht mehr. Vielen Dank.